Warum gibt es überhaupt Gesetze? Kurz gesagt, staatliche Gesetze sind dafür da, dass sie ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft ermöglichen. Sie haben verschiedene Funktionen. So sind sie oftmals auch ein Schutz. Als Corona ausgebrochen ist, war das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage sehr wichtig. Gesetze sind aber auch Verpflichtungen. Beispielsweise sind Kinder schulpflichtig. Das ist die Pflicht zum Besuch einer öffentlichen Schule. Gesetze können auch Verbote aussprechen. Das Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat, die eine Geld- oder Freiheitsstrafe nach sich zieht. Gesetze sind aber auch dafür da, Rechte wie die Menschenrechte, die Religionsfreiheit oder auch das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantieren. Und genau das ist für mich und für viele Menschen aus der LGBTQ-Community von großer Bedeutung. Niemand schreibt mir vor, wen ich lieben soll und wen ich nicht lieben darf. Der Staat darf mir meine sexuelle Identität nicht vorschreiben. In vielen Ländern außerhalb Deutschlands, wie beispielsweise in Uganda, werden Homosexuelle und Transmenschen schon seit Jahrzehnten verfolgt. Doch nun hat das Parlament in Uganda seine Gesetze verschärft. Auch über die Todesstrafe wird diskutiert. Bei diesen Gesetzen geht es nicht nur darum, Verbote dafür auszusprechen, wie man sich definiert oder wen man liebt. Es geht auch darum, Menschen, die Homosexuellen und Transmenschen helfen, beherbergen, medizinisch versorgen und sie beschützen, zu kriminalisieren. Was für eine Tragödie für die Menschheit. Warum fühlen sich Staaten, Gesetze, Traditionen, Religionen davon bedroht? Was für eine Gefahr geht denn von homosexuellen Menschen aus? Hass und Hetze gegen Homosexuelle ist leider keine Ausnahme. In den USA, im Bundesstaat Tennessee, hat Ende Februar der republikanische Gouverneur Bill Lee ein Gesetz unterschrieben, das Dragshows im öffentlichen Raum und vor Kindern verbietet. Bekannte Dragqueens wie RuPaul, Vidalia N. Gentry und Serena Chacha sind außer sich, um das zu Recht. Woher nimmt sich ein Politiker das Recht, solche Verbote auszusprechen? Wen soll denn das Gesetz beschützen? Dragqueens sind harmlos und haben nie jemandem geschadet. Wir sollten als Menschen tatsächlich darüber nachdenken, dass unsere Werte nicht im Mittelalter stecken bleiben, sondern uns nach vorne bringen. Wir sollten offener, toleranter und einfach herzlicher sein. Und wenn man eine Lebensform nicht akzeptiert, dann sollte man still sein. Ja, genau hier ne? Ja, das ist einfach so.